Orbitz zum Thema Künstliche Intelligenz und Power BI. Künstliche Intelligenz, kurz KI, und Business Intelligence gehen Hand in Hand, wenn es darum geht, bessere Unternehmensentscheidungen zu treffen. Aber wie genau darf man sich das vorstellen? Nehmen wir zum Beispiel die Sentiment oder Stimmungsanalyse aus dem Bereich Marketing. Ob eine Marke erfolgreich ist oder nicht, hängt nicht nur von den reinen Verkaufszahlen, sondern auch von den Kundenmeinungen ab. Es geht darum, wie Kunden über die Marke denken. Liegt die Marke zum Beispiel in trennter Zeit? Denkt die potenzielle Zielkundengruppe positiv über die Marke oder ignoriert sie sie gar komplett? Was sagen Influencer über die Marke? Das sind sehr wichtige Fragen, die Unternehmen regelmäßig durch gezielte Beobachtung von Social Media Kanälen klären muss. Microsoft Power BI bietet unter anderem eine Funktion zur Textanalyse und schnittschnell zur Microsoft-KI-Plattform von Microsoft, zu Azure Machine Learning. Diese Verbindung ermöglicht es, die Kundenmeinung, zum Beispiel Social Media Kanäle, zu analysieren. Das ist entscheidend für Unternehmen bei der Wahl der richtigen Kampagne, der Neuausrichtung oder bei der Steigerung der Kundenzufriedenheit. Sollten Sie jetzt darüber nachdenken, wie künstliche Intelligenz und Power BI auch Ihre Unternehmensentscheidungen verbessern könnte, dann lassen Sie das gemeinsam tun. Orbis ist Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um das Thema Power BI. Weitere Informationen zu Webinaren, Workshops und Expertengesprächen finden Sie auf unserer Internetseite. Wir freuen uns auf Sie! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!